Zur Navigation am Bildschirm können Sie natürlich die Fensterwerkzeugleiste, welche unten erscheint, nutzen oder auch das Mauserad drehen oder das Mauserad gedrückt halten, um das Bild zu verschieben. Wenn Sie das Bild wieder zentrieren wollen, fahren Sie hier unten an die Fensterwerkzeugleiste rein, welche erscheint und nutzen das Werkzeug, ganzes Bild darstellen, um das Bild zu zentrieren. Natürlich gibt es hier auch eine Funktion zum Bildausschnitt festlegen. Wenn Sie diese anklicken, können Sie an gewünschter Stelle mit gedrückter linker Maustaste einen Rahmen aufziehen, welcher dann das ganze Bild vergrößert. Fahren Sie am Schluss wieder hier unten an die Fenstersymboleiste und klicken ganzes Bild darstellen an. Die anderen Werkzeuge hier sollten alle deaktiviert sein. Fahren Sie am Schluss wieder ein paar Mal. Das hier unten in der Welt vergrößern und die ersten Mal. Das ist alles, was ich ja auch nicht. Du, wenn Sie das Ganze mit uns vorgлючen. Untertitelung des ZDF, 2020